Willkommen! Meine Lieblingsgruppe zeige ich Ihnen, Alessio von Black Label Vigilic. Hier als kleine Formation, Longchair mit zwei Sitzer, also Longchair rechts, zwei Sitzer links, in Leder Wax, Z83, 54 Chocolate. Ja, was kann die Gruppe? Sie ist schön weich, sie sitzen hier soft, sie sinken oben ein, unten ist es fest. Federkern, Purfilmatte, Leder, richtig tolle Sitzaufteilung und Sie haben hier eine elektrische Sitzziefenverstellung, so dass nicht nur das Longchair einen Luxusplatz beinhaltet, sondern auch diese zwei Sitze ganz einfach durch Knopfdruck zu bedienen. Auch in zwei drauf sitzen geht das. Und Sie haben ein Leder, das einzigartig ist, Z83, 54 Wechs, ist ein naturbelassenes Leder, welches mit Wachs, mit Heißwachs veredelt ist und dann einen leichten Glanz noch bekommen hat. Die kleine Formation ist 2,68 Meter auf 1,75 Meter. Passt also auch für kleine Wohnräume. Im Fachhandel zahlen Sie für das Ding mit Motor vielleicht 4.500 Euro, bei uns viel weniger. Okay, wenn das Ding passt und es das Richtige für Sie ist, dann rufen Sie mich an oder schnappen Sie zu. Klick, klick, danke schön und tschüss.